Was hat dir am meisten Spass gemacht am Film? Was mega spannend war, ist auf der Langstrasse zu drehen. Ich kenne kein Land, wo so viele verschiedene Realitäten aufeinander prallen, wie an der Langstrasse in Zürich. Und dort drehen, ich glaube, das gab einen coolen Vibe für den Film. Was ist deine Rolle? Was spielst du genau? Meine Rolle ist ein Polizist und durch und durch ein Polizist. Aber es gibt einen Satz, den er sagt und ich glaube, das macht einen ziemlich aus. Im Film, in dem er sagt, hey, wäre ich nicht da bei der Polizei, wäre ich wahrscheinlich auf der anderen Seite. Und wieso sollten die Leute unbedingt ins Kino schauen, den Early Birds? Ich glaube, es ist etwas Neues für die Schweiz. Es ist ein Thriller, er hat Tempo, er geht ab. Und ja, es ist fast eine Liebesgeschichte oder eine Freundschaftsgeschichte über zwei Frauen, über eine sehr tiefe Frauenfreundschaft. Und ich glaube, das ist ziemlich wert, das zu sehen.